Ja. Ich nicht. Das wird zur Kiefer geschickt. Hier. Jonas, komm! Jonas, komm! Jonas, komm! Jonas, komm! Jonas, komm! Jonas, komm! Juhu! 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 Tor? Juhu! 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 Hau! Du bist ja gar nicht mehr alleine. Ist du vorbefallen? Nee. Handy hier. Ja. Das war's, ne? Hier. Wie ist ein Handy gelockt? Hier. Nochmal. 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 Das ist echt kalt, ne? Ja, könnt euch eine andere Jacke. Kalt, 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 Kalt. Der ist dreckig dabei, ne? Der ist dreckig. Kalt, 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 Kalt. Kalt, 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 Kalt. Kalt, 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 K Zufall! Wann? Ich glaub, die passt jetzt gleich, oder? Mir gleich. Oh, dann war er keine Panzer. Aber ist doch nie klar, oder? Nicht durchsichtig? Nein. Ich hab eben Jonas gekauft und ging das zu mir vor. Und dagegen ist auch nicht. Gehst du denn ein bisschen länger? Ja. Geiler Spruch? Ja. Geiler Spruch. Ich geh zum Spruch. Ich baue beide Po. Also noch genug. Ja. Das Spruch kann ich von Bad selber. Aber passt irgendwie mit Hottel. Ja. Geiler Spruch. Geiler Spruch. Oh, da war das Spruch. Oh, wie haben wir das? Ja. 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 Ruf ist seinen Wechsel! Ruf ist seine Wechsel... Oh, da ist noch einer! Da ist noch einer! Wo ist denn? Boah! Komm! Komm! Komm hier! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die müssen wir nicht verlieren. Im Poli wird wahrscheinlich die Kondition sein. Ja. Die anderen sind auch gewöhnt, solche Tanks zu laufen. Ich versuche es, das fühlt sich jetzt nicht so weit auf der Waffe. Einige machen schon, aber... Ich hab schon zwei Minuten mein Tor sauber gehalten. Ja, bei meiner Klasse Verzeihigung.